Was hast du getan? Was hast du getan? Was hast du getan? Oder wie ich mir das vorstelle, dass die auszusehen hat. Da könnte ich noch was machen. 1, 2, 3. Wer hat zum Glück noch ein Stück weg gespringt. So, zack, zack. Finde ich viel cooler mit der etwas größeren Vorraum. Da die Eichentüren. Falsche Rom. Falsche Rom. So, und da könnte ich bis zum Glas. Beziehungsweise habe ich noch genau zwei Holz. So. So. Ne, nur keine Focke dabei. War nicht schlecht. Na, noch heute sieht gut aus. Das ist gefällt. Wollte mal was essen. Wollte mal was essen. Aber die ganzen Höfen hat er kaputt gemacht. Scheiß Creeper. Den Amboss hat er beschädigt. Scheiß Creeper. Der war doch noch so jung. Äh. So neu. Ne. Der Amboss. Den Amboss. Den Creeper traurig kann ich. Trenner. So, warte mal. Oh, hab ich ein Glück. Keine einzige Lampe hat er beschädigt. Yeah. So, jetzt müssen wir da wieder drei Öfen hinbauen. Dü, 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 dü. Eins, zwei, drei. Dann wieder Kohle rein. Zack, zack, zack. so, zack, zack, zwei mal, zack. so, zack, einmal, zack, zweimal, zack, zwei, mal. so, muss unser Pferd. hat die Niemann in den Stichel nur noch Lachen 38 bis kratzt die Mensch war muss das Namensschild zu tun ich war eine Leinrichtung so kräft wo bist du da ha, jetzt steht auch geil ich bin tatsächlich Aranel drauf das muss ich auch gleich mal sehen oh, ah nein das ist eigentlich noch angeleint das Pferd ne, ich glaube nicht verdammt mal line Slimeball und Spinnfäden los did du, 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 du das ist so ich bin und das ist alles klar das Pferd hat einen Namen, die Stadt noch nicht tja so läuft's Kind echt traurig Köln Stein Sack Slyme-Bowl und Spinnfäden das war doch jungen das war wohl nicht zu definieren Tatsache Sack die Bogen und Leiden das Pferd läuft ganz den Berg runter und sein hast du dich angeleint? ne es war keine Leine mehr dran äh komm ich werde dann reiten wir uns mal ne Leine holen ne ich bau grad ne Leine mach das Pferd nicht kaputt lass es einfach dort das ich bin im Lager das ist einfach da wo es ist das 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 ist er das ist der Wendel die 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 und die sind den Kepo herfliegt da ich bin dreißen Herz ok ob es Pups so da rein die So oft tut es nicht. Also auch nicht, oder? Tapf war es. So, Leine, Leine, Leine. Zack und... Zack, so. Pferde angebunden. So, aber weil ich gerade in Pferdelaune bin... Was? Ich glaube... Wir haben ja noch einen Satel gefunden. Stimmt. Ich werde noch einen Pferd oder nicht. Ich nehme einfach das Beste, was ich finde. Die nehme ich noch mit. Jetzt war schon wieder dunkel, aber egal. Oh, oh. So, die Richtung. Ich beunruhigt immer noch, dass ich bei deiner Farm... ...dass wieder ein Schwein abgehauen. Das stimmt immer noch nicht. Ich glaube, du musst vielleicht auch eine doppelte Reihe Zaun machen. Ich glaube, die backen sich auch durch den Zaun durch. Und sich gegenseitig rausschieben. Meinst du, das geht denn auch... Ach, die, ich glaube, die backen sich auch durch zwei Zaun durch. Nee, das glaube ich eher nicht. Meinst du nicht? Nee. Also, ich glaube es nicht. Aber, wie weiß. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. ... ... ... ... ... ... ... die kennt sich in den stunden innen projecten kräft nun die schon wollen der frisch von Bär jetzt bringt nichts machen wir weg hier so das letzte Mal bin ich mit Julian an der riesen Pferde vorbei gelatscht tja die Frage ist nur, wo ist sie? oder wo war das? Geronimo verdammt die die Prozent um jetzt gibt es hier fünf Stunden Riku läuft ane ich habe Pferde gefunden die Androge hilft ich bin mehr das fährt noch zehn so was will ich denn haben braune gibt es geschenkte gibt es und gibt es auch noch was weißes ich möchte dann so ein so ein schwarz geschickt was haben wir denn für ein bisschen komisch das muss was mich unter geschmissen fährt wo man sich das getan und gleich noch gleich noch als ich nicht und der schluss noch hat sich nicht nur jetzt wo sie sind so dunkel ich muss bein der der monge drauf und ich hab's gibt ein zattel und die kürze die kürze die kürze die kürze nein 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 scheißen das fährt man sich entschieden ich habe das sehen ins Wasser in zu tiefes wasser gerettet da kommen die ersten monster halt hier war will ich doch los jetzt habe ich genau die falsche richtung geschoben wo komme ich hier durch da verdammt los fährt jetzt da wäre noch ein vierter wenn noch mit pferde gewesen sie sind aber egal ich habe ein heimweg finden das sind fackeln dass die farm die farm ist gut ich fahre es ist bald sein das creeper oder ein pferd ist schneller ich würde interessieren ob du auch alle kannst du doch pferde babys also ich kann ja nicht durch das tor reiten das heißt rum reiten hier ist erstmal eine brücke erstmal über die brücke da sind skelett das ist ein skelett das ist nicht nett dann genau dann dann ob das ist das wird die die um das ist noch flach ist was das heißt da kommt nicht durch um aber ich jetzt durch die ich vorhanden ich bin nur schön am Rand Land der Maul oder es ist so dass ich bin das ist doch nicht wahr ich bin es auf den Städten ich komme ich alleine ich bin zu pass auf dass niemand im Stall ist wir können uns dann ich komme angebilden ist alles gut ich denke ich hätte steht auf dem Stroh Prozent Prozent und liegt der Stroh rum 4 so gut über die Brücke der Dusche das steht so wie ich bin auch gut ja guck mal das hat sogar eine Rüstung geil eigentlich ist das Pferd hier mehr nach Warnel blonde Haare so die Spiele und Sankt der Planung das sagt 38 Sekunden das heißt ich schaff's noch zurück zum Prozent Haupthausen zum Lager Brot ein paar gerade in der Kumpel ich bin Schöner Schneller Schneller um das ist auch das verschwunden die nun ich kann nicht auch und das ist gleich so viel einfacher und hat jetzt gelaufen er hat sich in der Mitte der Welt die Welt einmal los die Erste schafft die Erleitung scheitert er kein Regal in Dortmund brauchen n und auch bei uns und sich zwingend hierher auch so wo er spielt so ist das noch ein und dann hat er spielen mit am Arsch mal an mit diesen glorreichen inspirierenden Horten sagen wir tschüss bis zum nächsten Mal tschau tschau